Musik Schizo, ich krieg mein Ex-Bro im Battle Kannst das gern versuchen, dich jetzt noch zu retten Leg dich auf die Liege und ich spuck dir ins Gesicht Du Psycho willst, dass man im Plural von dir spricht Du klingst sowas von monoton In etwa wie ein Fluss, nur eben ohne Flow Digga, denk mal nicht, die letzte Runde war ein Freilos Denn deine Runde war trotzdem schlechter, als die von Kylo Ren Kritiker sagen, dass meine Runde eben geil war Hier ist dein Freilos, Gegenteiltag Captain Flow zu präzise, dass man denkt, dieser verrückte Maskenträger wird mit ner Op auf dich zielen Guten Tag, Herr Schizo, wie geht es Ihnen denn heute? Ich würd dich gerne fronten, doch du bist zu viele Leute Unser Schizo, nicht sehr viel, was er anscheinend Aber vielleicht ist bei seinen alter Egos auch ne Zielscheibe dabei Schizo, wen von euch soll ich zuerst killen? Die Schwuchtel, den Rapper oder den aus dem Fernsehen? Du bist viel zu viele, ne ganze Armee an Persönlichkeiten Doch ich werde trotzdem siegen Schizo, wen von euch soll ich zuerst killen? Die Schwuchtel, den Rapper oder den aus dem Fernsehen? Du bist viel zu viele, ne ganze Armee an Persönlichkeiten Doch ich werde trotzdem siegen Als Handwerker Horstfax, du kannst nicht mal den Hammer haben Doch vielleicht bist du danach schon Walter, der Baggerfahrer Du änderst dich so, wie es dir gerade passt Auf einmal bist du schwul und sagst Hey, gib mir Schwanz Also, ich blick nicht durch Und hier so Ich bettel dich und du fragst plötzlich Hä, wer ist Schizo? Was? Das ist ja der richtig harte Shit Wie soll ich dich fronten, wenn du selbst nicht mal weißt, wer du gerade bist? Alles klar, pass mal auf Die Devise heißt jetzt Klappe zu und nicht Klappe auf Folgendes Wie wär's mit nem Deal? Spielst dir online? Ich verlange wirklich nicht scheiße viel Von dir Du entscheidest dich für eine deiner Persönlichkeiten Und ich werd mit deiner Schwester im Keller heute versöhnlich bleiben Versöhnlich bleiben Versöhnlich bleiben Shizo Wen von euch soll ich zuerst killen? Die Schwuchtel? Den Rapper? Oder den aus dem Fernsehen? Du bist viel zu viele, ne ganze Armee an Persönlichkeiten Doch ich werde trotzdem siegen Shizo Wen von euch soll ich zuerst killen? Die Schwuchtel? Den Rapper? Oder den aus dem Fernsehen? Du bist viel zu viele, ne ganze Armee an Persönlichkeiten Doch ich werde trotzdem siegen Du bist viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele Schizo Du bist viel zu viele, viel zu viele